Das Traditionsunternehmen FCM Bell befindet sich mitten in der Schweiz nahe Luzern, direkt am Fusse des Pilatus. Bald 100 Jahre sind wir Ihr Kompetenzpartner für Faser-Zementanlagen, Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen und Kompressoren sowie Formatwalzen für Pappenanlagen. Unser Experten-Team unterstützt Sie von der Planungsphase bis zur schlüsselfertigen Anlage aktiv und engagiert. Die FCM Bell AG bietet Ihnen eine einzigartige Kombination aus technischem Know-how, Flexibilität und kompetentem Service. Setzen Sie auf komplette Produktionslinien aus einer Hand. Und das alles in höchster Schweizer Qualität. Unsere Vakuumpumpen und Kompressoren zeichnen sich nicht nur durch Ihren niedrigen Energiebedarf und Ihre Langlebigkeit aus. Ihr konstruktiver Vorteil liegt zudem darin, dass Sie mit Flüssigkeiten oder Feststoffen vermischte Gase ohne Effizienzverlust fördern. An unseren Faser-Zementanlagen schätzen unsere Kunden die robuste Konstruktionsweise und das benutzerfreundliche Prozessleitsystem. Dank Schweizer Know-how ist die FCM Bell AG weltweit erfolgreich und über Ländervertretungen auf allen Kontinenten präsent. FCM Bell Engineering – Wir begleiten Ihren Erfolgsweg zielsicher.